Andres Sebastian Soria Quintana ist uruguayisch-katarischer Fußballspieler. Karriere Soria wurde in der Stadt Peixendu in Uruguay geboren. Dort war er mindestens im Jahr 2002 bei Centenario in der Liga Departamental de Football de Peixendu aktiv und erzielte neun Saisontore. Zu jener Zeit spielte er auch in der Departamento-Auswahl von Peixendu. Seine Profikarriere begann er 2003 beim Liverpool FC in der Hauptstadt Montevideo. In der Saison 2003 weist die Statistik für ihn 26 Erstliga-Begegnungen mit seiner Beteiligung und drei Tore für ihn aus. Bereits im Dezember 2003 wurde Soria mit einem möglichen Wechsel nach Italien oder Spanien in Verbindung gebracht. In der Spielzeit 2004 traf er für Liverpool fünfmal bei 16 Einsätzen. In jenem Jahr wechselte er nach Katar. Teilweise wird als erster Arbeitgeber im Emirat Al-El-Ted geführt. Im Folgejahr stand er in Rhein von Al-Garrafa. Bei Al-Garrafa sind 26 Ligaspiele und 14 Tore für ihn verzeichnet. Danach wechselte er 2005 innerhalb Katars zum Katar SC. Insgesamt werden ihm bei dieser Station für die Kataris 150 Liga-Einsätze und 100 Treffer zugeschrieben. Allerdings existieren für die Saison 2008 0-9 unterschiedliche Angaben über die Anzahl der erzielten Tore. Danach werden ihm dort nur 18 Treffer zugerechnet. In jener Zeit wurde er 2008 für die Wahl zum Fußballer des Jahres in Asien nominiert. Seit der Saison 2011 Zwölftel spielt er für Lekwia. Mit der Mannschaft gewann er die Meisterschaft der Katar Stars League in der Spielzeit 2013 Vierzehntel. Dort kam er in 64 Ligaspielen zum Einsatz und schoss 42 Tore. Zudem stehen 19 Einsätze und 8 Tore in der AFC Champions League und einer im Stars Pokal für ihn zu Buche. Anfang Juli 2015 wechselte er zum All-Rajan SC. Bislang absolvierte er dort 17 Ligaspiele und erzielte 8 Treffer. So Ria wurde, nachdem er bereits während seiner Zeit in Montevideo beim Liverpool FC dem Umfeld der uruguayischen Nationalmannschaft angehört hatte und von Trainer Juan Ramon Carrasco offiziell zumindest für Lehrgänge des A-Teams nominiert worden war. Nach seinem Wechsel ins Ausland in Katar eingebürgert und zunächst U23 Nationalspieler im Emirat. Er soll 7 U23-Länderspiele mit 6 Länderspieltoren für Katar absolviert haben. Er debütierte am 15. November 2006 bei der 0 zu 2 Niederlage gegen Usbekistan in der A-Nationalmannschaft Katars. Bis zu seinem vorläufig letzten Einsatz am 14. Oktober 2014 bestritt er 101 Länderspiele und erzielte 29 Tore. Hinzu kommen elf weitere, nicht als offizielle A-Länderspiele anerkannte Nationalmannschaftseinsätze, bei denen er weitere fünf Tore schoss. Mit Katar nahm er an den Fußball-Asien-Meisterschaften 2007 und der 2011, den Pan-Arabischen Spielen 2011 sowie am Golfpokal 2007, 2009, 2010 und 2013 teil. Er ist Rekord-Torschütze Katars. Soria wirkte zudem bereits als Mannschaftskapitän der katarischen Nationalelf. Während eines Teils seiner Länderspielkarriere für Katar war Sorias uruguayischer Landsmann Jorge Fosati verantwortlicher Cheftrainer der katarischen Auswahl. Er folge katarischer Meister.